Hallo und herzlich willkommen wieder bei EP13 und hier ist der Ola 158. Heute mal nicht von der Anlage sondern einfach nur mal von einem Test. Ich habe an beladbaren Kohlerwaggons 10 verschiedene Typen und hier habe ich mir jetzt einen Typ rausgesucht um euch das mal zu zeigen. Es ist aber bei allen Typen das selbe Problem. Ihr wisst ja in meinem letzten Anlagevideo, da haben wir schon das Problem angesprochen, dass ich die einzelnen Waggons nicht benennen kann für die Schaltkontakte. Schauen wir uns das mal so an. Hier haben wir jetzt die vier einzelnen Waggons zu stehen, da vorne haben wir noch einen Lockner. Aber es geht erstmal um diese vier einzelnen Waggons. Wenn ich mir jetzt einen Schaltkreis aufbaue, dann habe ich in jedem dieser Kontakte wunderbar auch den Ansprechpartner, sprich den einzelnen Waggon. Hier haben wir die Grundversion der Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 dazu. Hier haben wir nur noch das Schaltauto drin und oben natürlich unsere Lok. So, überhaupt kein Problem. Ich kann natürlich also sofort hier alles einstellen, stelle die Kohle ein, stelle die Position ein und damit funktioniert die Sache wunderbar. Lassen wir unser Schaltauto mal laufen. Das heißt also, ich schalte das Signal frei, Schaltauto fährt los und wir werden sehen, da wird der erste Wagen beladen. Jetzt kommt er oben an, kann er hier nicht noch mit drin nehmen, kommt oben an, der zweite Wagen wird beladen. Jetzt kommt gleich der dritte Wagen, da geht es schon los. Und jetzt kommt gleich der vierte Wagen und wir können den erstmal wieder stoppen. Und das funktioniert auch. Wunderbar, so hätten wir das auch gedacht und so hätten wir das auch mit unserem Kran machen können. Gut, ich nehme das mal wieder weg kurz und wir machen unsere Wagen mal wieder leer hier. Okay, den auch noch. Ja, das wäre ja dann ganz normal, mit Schaltkreisen würde es wunderbar funktionieren. Machen wir folgendes. Ich stelle mal den Zugverband so zusammen, wie wir das natürlich auf unserer Anlage auch haben. So, lassen wir mal den ersten Wagen nur anfahren. Das war ja die Nummer 3. Okay, wir gucken jetzt mal wieder rein, bei uns in die Schaltkreise. Das war die Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Ne, das war die Grundverson Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Das wäre dieser hier. Und wir gucken rein und er hat aus meinen Schaltkontakten das Fahrzeug rausgenommen. Wenn wir uns das jetzt angucken, taucht dieses Fahrzeug hier in der ganzen Liste nicht mehr auf. Wir wollen ein Stück weiter. Ich lasse es wieder starten. Koppel den nächsten Wagen an. Wunderbar, wir gehen zurück. Gucken wir uns jetzt hier oben. Na, diesen. Und siehe da, der Wagen ist raus aus der Liste. Kann öffnen, er taucht nirgends mehr auf. Es sind nur noch diese Beine hier übrig. Und wenn ich jetzt den Zuchtverband komplett zusammenstelle. Und den noch an. Und den noch an. So. Okay. Wir gucken jetzt mal nach. Alle Schaltkontakte ist aus der Liste der Waggon raus. Da, alles ist raus. Ich kann also keinen dieser Waggons mehr ansprechen. Und wenn ich die Liste dazu eröffne, habe ich tatsächlich nur noch mein Schalter und meine Lok da drin. Und alle Kohlewagen sind raus. Das habe ich aber bereits in einem Video schon gesehen, weil ihr mir auch zugeschickt habt, als Beispiel, dass es funktioniert. Jetzt meine Bitte an euch, wer eine Lösung dafür hat. Wie bekomme ich in einem Zuchtverband die einzelnen Wagen hier für die Schaltkontakte wieder rein? Ja, denn das kann nicht sein. Selbst wenn ich jetzt mein Schalterauto fahren lasse, würde ich gerne verstehen, wenn er jetzt trotzdem die einzelnen Wagen anspricht. Aber jetzt passiert gar nichts mehr. Das ist normal. Klar. Die sind raus aus den Schaltkontakten raus aus der Liste. Und mein Flitzer, der kann da rumfahren, was er will. Es passiert gar nichts mehr. Ich habe nicht mal mehr die Chance, dass ich sagen kann, es soll alle Wagen gleichzeitig beladen. Und das passiert mir bei allen Modellen, die ich habe. Und ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder ob ich noch irgendwo ein fehlerhaftes Denken habe. Kann aber, denke ich mal, nicht sein. weil diese Verladung, die müsste eigentlich funktionieren. Denn in dieser Liste hier oben habe ich auch nur noch ein Schalterauto drin. Und das, wenn ich jetzt aber reingehe, hier, dann tauchen sie alle auf. Wie kann das sein, dass, wenn ich hier drinne bin, nur noch die Lok und das Schalterauto auftauchen, also für die Automatik. Und wenn ich umschalte auf Handbetrieb, auf der Handsteuerung, dann habe ich auch alle Fahrzeuge da. Wenn ich hier sage, ich will das hinzufügen für den Filter, das nutzt mir überhaupt nichts. Ich will ja nicht die Bremsen betätigen oder sonst was oder ich gehe mit Tastaturkürze arbeiten, selbst wenn ich den in den Filter reingemacht habe, dann taucht der trotzdem nicht hier irgendwo auf. Man muss ja irgendwo in dieser Liste hier auftauchen, auf Fahrzeug oder Zug anwenden. Sonst würde er hier nur stehen, auf Zug anwenden. aber nicht mal auf den Zug. Letztendlich könnte ich es vielleicht hier noch machen. Ich sage, okay, der soll jetzt auslösen für den ganzen Zug. Kohle, da habe ich die Liste zu fahren. Und das denn? Und wenn ich jetzt sage, okay, jetzt werden sich aber natürlich dann alle Wagen gleichzeitig füllen. Das ist aber nicht Sinn und Zweck dieser Geschichte, da alle Wagen füllen sich sofort. Und das würde natürlich ein bisschen blöd aussehen. ein Wagen beladet und alle anderen Wagen füllen sich. Dann könnte ich mir den Rest nämlich ersparen dort. Also, wer von euch eine Lösung dafür hat oder einen Tipp oder Hilfe oder WC-Quadro oder ob ihr da jetzt völlig neue Waggons für gibt, bitte schreibt es mir in die Kommentare und dann werden wir sehen, wie wir mit unserer Kohlenverladung im Hafen weiterkommen. Also, bis dahin, tschüss, sagt euch wohl 158. Bye, bye.